Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Tierschmidt, danke Marianne für die Einleitung. Ich hoffe, Sie sehen uns, ich hoffe, der Ton ist gut und unser Ziel heute ist, Ihnen das ganze Thema Sektorenkopplung mit dem Eigenheim näher zu bringen und dadurch unseren modularen Ansatz zu erklären, aber auch nochmal das Thema, wie mache ich das wirklich clever und intelligent und ich persönlich bin hauptverantwortlich für die Wechselrichter und Speicher und deswegen habe ich auch noch meine Kollegen Lisa mitgebracht und Georg, die dann später noch auf Wärmepumpen und E-Mobilität eingehen werden. Ja, danke Thomas, vielleicht stehen wir uns auch noch ganz kurz vor. Ich bin Lisa Spangenberg, ich bin Solution Managerin bei der SMA im Heimbereich und verantwortlich für alles, was sich um das Laden von Elektrofahrzeugen dreht. Danke Lisa, Georg Schulz mein Name, ich bin aus dem Business Development, sprich, ich bin für neue Geschäftszweige verantwortlich und auch Sektorenkopplung speziell mit der Wärmepumpe ist jetzt aktuell mein Metier und da will ich heute auch ein wenig darüber referieren. Und jetzt Thomas, viel Spaß. Dankeschön, bis später. Ja, zuallererst der Gruß aus der Rechtsabteilung. Und genau, worüber geht es heute, was ist unsere Agenda? Natürlich, SMA ist sehr bekannt, ich möchte dennoch ein paar Worte über unsere Firma verlieren. Das Thema erstmal, warum Sektorenkopplung? Was können wir mit intelligentem Energiemanagement machen? Und dann wirklich nochmal ins Detail gehen. Georg wird das Thema Wärmepumpe, Heizen mit Solarstrom erläutern und Lisa das ganze Thema E-Mobilität, effizient das E-Mobil laden. Und am Ende des Tages haben wir dann noch eine Zeit für Fragen und Antworten. Wer wir sind? Natürlich, wir als SMA sind Lösungs- und Komponentenanbieter zur intelligenten Nutzung von Solarstrom und speziell im Heimbereich haben wir natürlich den Vorteil des modularen Ansatzes. Bei uns gibt es alle Komponenten und Lösungen, um die Anwendungsfälle und Use Cases beim Endkunden zu erfüllen. Das fängt an bei Solarstrom erzeugen, der Pre-Center. Und optimal Verbrauchung natürlich. Und natürlich Speicherung, ganz wichtig diese Tage. Und natürlich das ganze Thema, worum es auch heute geht. Intelligent managen und verteilen. Und wie mache ich das intelligent mit Heizen? Und natürlich intelligent mit der E-Mobilität. Und das Beste ist, alles was Sie dafür brauchen, gibt es bei uns aus einer Hand und modular aufbaubar. Das heißt, Sie können starten wirklich mit einer PV-Anlage, Hybrid-Wechselrichter oder PV-Only und schließen später einen Speicher an, können später eine Ladesäule anschließen, die Wärmepumpen integrieren. Das heißt, Sie können die Anlagen individuell auf den Kundennutzen anpassen und jederzeit nachrüsten. Also wenn Sie jetzt schon eine PV-Anlage haben, können Sie auch mit unseren Lösungen machen, ist es kein Problem, da jetzt noch eine Wärmepumpe zu installieren. Natürlich das Herzstück der Sunny Home Manager, der wirklich das Tor zur Welt der Sektorenkopplung ist. Abgerundet wird das Ganze natürlich über Apps zur Visualisierung, einfachen Installationen und unsere Services zur Planung und auch später für den Service der Produkte. Und natürlich, was viele vielleicht auch noch nicht wissen, unser SMA Home Storage, unsere eigene SMA-Batterie, jetzt wirklich das gesamte System, alles aus einer Hand. Warum sollten Sie auf SMA-Lösungen setzen? Natürlich, wir sind deutsche Hersteller, wir haben über 40 Jahre Erfahrung im Solarbereich und wir haben weltweit mehr als 300.000 Energiemanagementsysteme nur im Heimbereich laufen. Das heißt, wir sind eigentlich das verbreitetste Energiemanagementsystem bei privaten Anwendungen und haben dadurch auch einen sehr hohen, großen Erfahrungsschatz. Und seit Jahren arbeiten wir auch schon mit Kooperationspartnern im Thema Wärme zusammen und auch E-Mobilität. Alle unsere Geräte, Systeme durchlaufen moderne Testzentren, also jedes System ist wirklich systemgeprüft, die Komponenten sind aufeinander abgestimmt, sind für hohe Langlebigkeit ausgelegt, eine hohe Qualität und natürlich in unserem Unternehmensleitbild niedergeschrieben, das Thema Nachhaltigkeit. Es geht um Umweltschutz, soziale Verantwortung und das ganze Thema PV ist ja nachhaltig. Gut, jetzt zum Thema Sektorenkopplung. Warum eigentlich Sektorenkopplung und was ist eigentlich Sektorenkopplung? Sektorenkopplung ist die Vernetzung der bisher getrennten Sektoren Elektrizität, Wärme und Mobilität. Und diese Vernetzung führt dazu, dass wir sie gemeinschaftlich optimieren können und ja, den CO2-Fußabdruck des privaten Haushalts reduzieren können. Das heißt, wenn wir über Energiekosteneinsparungen reden, dann reden wir nicht nur über Einsparungen im Elektrizitätssektor, nein, wir reden auch über Einsparungen im Wärme- und Mobilitätssektor. Und warum sollten wir uns darum kümmern? Die aktuellen Pressemitteilungen, Pressemeldungen und die aktuellen Themen in der Welt sprechen eigentlich für sich. Wir haben steigende Energiepreise durch geopolitische Ereignisse, aber wir haben natürlich auch Klimaschutzziele. Diese Klimaschutzziele können wir nur erreichen, wenn wir uns von fossilen Brennstoffen entfernen, das heißt Öl und Gas reduzieren und auf erneuerbare Energien setzen. Das heißt, wir haben einmal den CO2-Fußabdruck, den Klimaschutz als Ziel und natürlich für den Endanwender, er möchte am Ende des Tages mehr Geld in der Tasche haben und nicht so viel bezahlen. Was ist denn möglich, im privaten Haushalt wirklich mit Sektorenkopplung einzusparen und umzustellen? Dann haben wir hier bei Statista einen Haushaltsverbrauch von 26.000 Kilowattstunden. Das bezieht alles ein. Mobilität, Wärme und die klassische Elektrizität. Und da sehen wir einfach mal, dass alleine der Sektum Individualverkehr 33 Prozent des jährlichen Haushaltsverbrauchs ausmacht und das Thema Wärme 57 Prozent ausmacht. Und dafür haben wir natürlich ideale Lösungen in den Märkten. Das Thema Mobilität ist durch E-Mobilität zu lösen und das Thema Wärme durch Wärmepumpen. Das heißt, durch nur E-Mobilität und Wärmepumpen können wir 90 Prozent des Haushaltsverbrauchers weitere 90 Prozent elektrifiziert werden. Das Thema Lampen etc., das ist ja schon elektrifiziert. Die Herausforderung dabei, wenn wir diese elektrifizierten Lasten haben, wie nutze ich, wie plane ich sie ein mit solarem Überschuss, mit erneuerbaren Energien ohne Komfortverlust für den Endanwender? Und da kommen wir zum Thema Energiemanagement. Und was müssen wir dafür tun? Wir müssen natürlich versuchen, die Lasten so gut es geht unter die PV-Glockenkurve zu bekommen. Und das Erste, was wir dafür brauchen, ist natürlich eine Vernetzung der Lasten. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich eine 20 Kilowatt Peak-Anlage auf der Scheune habe. Ich habe eine schöne Wärmepumpe und ich habe eine schöne Ladesäule. Aber die sprechen nicht miteinander. Dann habe ich immer nur den zufälligen, natürlichen Eigenverbrauch. Und dadurch gelingt es mir nicht, erneuerbare Energien zu nutzen und wirklich das nachhaltig zu machen. Sondern da brauche ich immer noch Netzbezug. Das heißt, Ziel ist wirklich, die vernetzte Lasten erstmal zu haben. Und dann das intelligente Verschieben unter die Glockenkurve, damit ich wirklich den Eigenverbrauch im Haushalt erhöhe. Ideal dafür E-Fahrzeug, Wärmepumpe und Heizstäbe. Wie kann sowas gehen? Und da gibt es eine Möglichkeit, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Das ist die Schwellwertschaltung. Was ist eine Schwellwertschaltung? Die Schwellwertschaltung arbeitet ohne Intelligenz und ohne Prognose. Das heißt, das Energiemanagement-System schaut nur auf die aktuelle PV-Erzeugung und sagt dann, oh, ich bin über 5 Kilowatt Peak, jetzt schalte ich aber mal die Wärmepumpe zu. Das heißt, ich habe keine Berücksichtigung des aktuellen Haushaltsverbrauchers und ich habe auch keine Berücksichtigung der zukünftigen Wetterlage und des zukünftigen Haushaltsverbrauchers. Das bedeutet, im Worst Case koche ich schon im Haushalt und schalte dann eine Last zu, die ich freiwillig zuschalte und dann erhöhe ich den Netzbezug und bin über die PV-Erzeugung. Das heißt, ich erhöhe meinen Netzbezug. Und das Thema Forecast. Man sollte schon wissen, wie das Wetter in Zukunft wird oder das Verbrauchsverhalten ist, denn ansonsten schalte ich auch Lasten zu, obwohl das Wetter in Zukunft einbricht oder in einer Viertelstunde später gekocht wird. Das sind so ein bisschen die Nachteile an der Schwellwertschaltung, wenn ich wirklich nur gucke, was ist jetzt und nicht beachte, was ist in Zukunft und was ist an anderen Bereichen des Haushalts, was läuft da gerade ab. Die Lösung, um das komplett zu machen, ist ein cleveres und proaktives Energiemanagement. Und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. Und da hatten wir vorhin zur allerersten Herausforderung der Vernetzung. Mit unserem System, da haben wir mittlerweile einen sehr schönen Blumenstrauß, der wirklich überreicht werden kann und die Geräte dann vernetzt werden. Das heißt, wir haben unsere Lösungen, natürlich Solarstrom erzeugen, wir haben unsere Batteriewechselrichter, um was zwischenzuspeichern, wenn etwas nicht direkt verbraucht werden kann. Aber auch Weißware kann bei uns intelligent angebunden werden. Aber auch, worauf wir später noch viel mehr eingehen, Wärmepumpen und E-Mobilitätslösungen werden bei uns intelligent mit ins Energiemanagement eingebunden. Die sprechen miteinander und somit bekommen wir da sehr viele intelligente Daten. Die Vernetzung ist gegeben. Dann, was braucht es noch? Eine Wetterprognose. Denn wie bereits gesagt, wir wollen ja wissen, wir wollen ja keine Lasten zuschalten, wenn irgendwie Regen angesagt ist. Dann hätten wir wieder Netzbezug. Deswegen, wir haben eine Wetterprognose, die geht zwei Tage ins Voraus. Und unser Energiemanagement, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Thema KI, bekommt die Wetterprognose und erstellt sich einen Fahrplan. Und mit dieser Wetterprognose wissen wir, okay, wann scheint die Sonne und die Lämpchen, die hier dargestellt sind, das sind Handlungsempfehlungen, wann können Lasten zugeschaltet werden. Und danach, unser Sunny Home Manager erstellt Verbrauchsmuster. Und wie macht er das? Wir lernen das Haushaltsverbrauch des individuellen Haushalts für jeden Wochentag. Das heißt, unser Sunny Home Manager weiß, wie mittwochs der typische Haushaltsverbrauch ist über den Tagesverlauf und plant somit in Abgleich mit der Wetterprognose ein, wann sind die besten Zeitpunkte, Lasten zuzuschalten, um wirklich Energie direkt zu verbrauchen und nicht zusätzlichen Netzstrom zu machen. Und das alles ohne Komfortverlust. Also das heißt, unsere KI lernt das Verbrauchsmuster des individuellen Haushalts. Wir wissen beispielsweise, dass 12 Uhr gekocht wird und werden 11,45 Uhr keine Lasten mehr dazuschalten. Wir kombinieren die Wetterprognose mit der Verbrauchsprognose und geben dann individuelle und in den Haushalt angepasste Verbrauchssteuerung raus an die vernetzten Geräte. Und hier schon der letzte Punkt, die automatische Verbrauchersteuerung. Das heißt, anhand dieser intelligenten Energiemanagement-Funktionalität, die Kombination aus Wetterprognose und Verbrauchsmuster, da geben wir Handlungsempfehlungen in das System rein und sagen, okay, prognosebasiertes Lastmanagement oder Batteriemanagement. Wir planen das E-Auto flexibel ein, damit es wirklich mit Solarstrom geladen wird und nicht mit Netzstrom. Und wir geben auch für Haushaltsgeräte mit Flexstart die Anfahrtzeit, also die Anschaltzeit vor, um dann beispielsweise die Waschmaschine zu dem idealen Zeitpunkt laufen zu lassen. Und das Ganze geht natürlich bis zu 24 Geräten, die in das System eingekoppelt werden können. Zusammenfassend heißt das, die Basis für ein intelligentes Energiemanagement ist wirklich einmal Prognose und die soll dann mit KI eine Handlungsempfehlung individuell auf den Haushalt abgestimmt erzeugen. Wir monitoren alle Energieflüsse im Haushalt und können dann komfortabel für den Endkunden wirklich die Verbraucher automatisch steuern. Das heißt, er muss nicht irgendwie manuell irgendwo was einschalten oder ausschalten. Unser Homemanager erstellt die Vertragsprognosen und gleicht das mit dem individuellen Verbrauchsprofil ab. Und schlussendlich bleibt zu sagen, wenn Sie sich für ein Energiemanagementsystem entscheiden, dann achten Sie immer darauf, ist da eine Prognose integriert oder ist es nur eine Schwerwertschaltung, die wirklich immer nur auf den Istwert schaut. Denn das entscheidet wirklich über die Qualität der Optimierung. Und jetzt gehen wir weiter in dem Bereich Heizen mit Solarstrom und da übergebe ich gerne das Wort an meinen Kollegen Georg. Super, danke Thomas. So, wie von Thomas bereits erwähnt, versuchen wir jetzt natürlich die Heizung auch ebenfalls zu optimieren, da die bereits elektrifiziert ist. Wir haben gesehen 57 Prozent, rund mir auf 60. Sprich, ein Großteil des Hausverbrauchs ist drin. In dem Bild hinter mir zu sehen, ist das Haus mit allen Sektoren bereits drin, einer Wärmepumpe, der E-Mobilität und natürlich der PV-Anlage auf dem Dach. Hinten links auch noch zu sehen, ein größerer Wechselrichter. Ist zwar jetzt nicht das Standardhaus für jedermann, aber es zeigt gut die Lösung. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Komponenten dafür benötigt werden. Hierfür gucken wir auf den SMA-Wechselrichter, hier in der Mitte dargestellt als Hybridversion. In unserem Fall ist das der SDPSE oder SPSE, sprich Sunny Tri-Power Smart Energy oder Sunny Boy Smart Energy. Beides Hybridwechselrichter. Dann haben wir den Sunny Home Manager, über den Thomas gerade schon referiert hat. Seine wichtige Rolle am Netzanschlusspunkt, alles zu dirigieren und zu managen. Dann natürlich den thermischen Verbraucher, hier dargestellt bei der Zahl 3. Einmal als Wärmepumpe, egal ob Split, Monoblock, eine Warmwasserwärmepumpe, aber auch natürlich Heizlösungen, die widerstandsbasiert sind, wie Fußbodenheizung, Heizstäbe etc. Und zu guter Letzt müssen wir das Ganze irgendwie noch visuell darstellen. Und das gucken wir uns im Sunny Portal an, beziehungsweise in der Sunny SMA Energy App, die Sie auch auf Ihrem Handy haben und jederzeit alle Energieflüsse auf einen Blick haben. Dann gehen wir mal kurz weiter. Hier haben wir dargestellt, beispielhaft drei Wärmepumpen von Ihrer Seite oben links, von SMA, Wolf, Stiebel, Eltron und in der Mitte das Sunny Home Manager als Herzstück des Ganzen, um auch einfach mal zu zeigen, dass SMA sich hier offen zeigt und die Kompatibilität erweitert. Denn im Portfolio sind wir auf starke Partner angewiesen und nutzen diese auch gerne, um auch deren Expertise für den Endverbraucher in seinem individuellen Haus ermöglichen zu können. Egal, ob Sie bereits eine Stiebel, Eltron und Wärmepumpe haben oder ein SMA-System haben und eine Wolf-Wärmepumpe dazukaufen möchten, mit SMA sind Sie wie mit unseren Komponenten auch bei der Heizung relativ gut aufgestellt. So, schauen wir uns mal die Unterschiede an in den Wärmepumpen. Oben links dargestellt, wir kategorisieren kurz für die Leute, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen. Für die, die sich damit auskennen, ist das nichts Neues. Wir haben Wärmepumpen ohne jegliche Anbindung, sprich Steckereien, Blackbox, Ziehtstrom. Wir haben Wärmepumpen oder thermische Verbraucher, die eine SG-Ready-Schnittstelle haben. Das ist eine analoge Schnittstelle, über einen Kontakt geschaltet, wenn Überschuss da ist. Es gibt mehrere Schaltstufen, die einfach weiß, okay, ich habe hier Überschuss, ich kann in einen höheren Betrieb gehen oder ich kann überheizen oder, oder. Somit kann elektrische Energie, bevor sie eingespeist wird, in thermische Energie nutzbar gemacht werden. Früher, zur 70%-Regelung, war das gang und gäbe mit dem Heizstab. Und dann haben wir natürlich noch zu guter Letzt die intelligente Kommunikation, oben dargestellt mit zum Beispiel dem EE-Bus oder dem SEMP-Protokoll, dem SMA-eigenen Protokoll. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf. Unten links sehen Sie Heizstäbe und universelle Lösungen. Nicht jeder hat das Geld oder die Möglichkeit oder auch das Interesse, jetzt eine Wärmepumpe zu kaufen oder zu implementieren. Oder vielleicht haben Sie eine Pelletheizung gekauft, vielleicht haben Sie noch eine gut funktionierende Ölheizung oder Gasheizung. Dann können Sie Ihr System hybridisieren und das maximal aus Ihrer PV-Anlage rausholen durch zum Beispiel Heizstäbe oder andere Speicherlösungen. Auch Infrarotheizung wäre hier zum Beispiel eine Lösung. Dann haben wir den Pufferspeicher unten rechts, denn das Ganze müssen wir noch irgendwie speicherbar machen. Wir nehmen die elektrische Energie und packen sie in thermische Leistung. Sie können sich das so vorstellen, dass Sie die Energie einfach woanders speichern. Entweder in der Gebäudehülle, im Puffertank, in einem wassergeführten Bodenheizsystem oder schlichtweg im Estrich des Gebäudes. Jetzt gucken wir uns mal die Unterschiede an in der Kommunikation und die Vor- und Nachteile. Hier dargestellt sind von 1 bis 4 die unterschiedlichen Kommunikationswege, die SMA anbietet. Von dem einfachen Standard SG-Ready über den E-Bus, das SMP-Protokoll bis zur neuen Anbindung über eine Cloud-to-Cloud, die aktuell noch in der Testphase ist. Und dann noch ein paar weitere Möglichkeiten über Shelly und Steckdosen. Fangen wir mit dem SG-Ready an. Wie bereits gesagt, ist der SG-Ready-Kontakt ein relativ einfacher, simpler Kontakt, der das ermöglicht, einen Überschuss ermöglicht, irgendwo thermisch nutzbar zu machen oder zu speichern, wie eine Batterie quasi. Fast jede Wärmepumpe bietet das an oder viele moderne Wärmepumpen. Dazu gibt es auch was auf dem Bundesverband Wärmepumpe. Da können Sie sich genau angucken, ob Ihr System auch dort abgebildet wird. Dann haben wir den E-Bus. Der E-Bus ist eine digitale Schnittstelle, die bidirektional mit unserem Energiemanagement kommuniziert, um auch das prädiktive Energiemanagement nutzbar zu machen. Hierbei muss noch erwähnt werden, dass auch im SG-Ready SMA die Möglichkeit hat, prädiktiv zu arbeiten. Weil wir den Forecast kennen, sprich wie viel PV-Leistung reinkommt, können wir auch prädiktiv schalten. Im E-Bus geht es halt in beide Richtungen, sprich auch Leistung wird zurückgenannt und Sie können das auch visualisieren und darstellen. Die SEMP-Schnittstelle ist eine von SMA eigens kreierte Schnittstelle, dennoch offen für alle verwendbar, um das Gleiche zu ermöglichen, eine digitale, intelligente, bidirektionale Schnittstelle zur Wärmepumpe, sprich zum anderen Sektor zu eröffnen. Dann haben wir noch die Smart-Things-Komponente. In dem Fall ist das eine Cloud-to-Cloud-Anbindung, wo die Portale im Backend miteinander sprechen, um auch einfach einen Komfort zu erhöhen, mit der Zeit zu gehen und die Möglichkeiten immer sukzessiv zu erweitern, die vielleicht Strecken im Haus nicht ermöglichen. Dann haben wir unten rechts noch dargestellt die Steckdosen, genauso wie die Shelly-Komponenten, die übrigens neu bei uns ins System gekommen sind, mit denen Sie die Möglichkeit haben, an- und auszuschalten, wenn Überschuss da ist, oder prioritätsmäßig an- und auszuschalten, um zum Beispiel Heizstäbe, die keine integrierte Intelligenz haben, sprich über einen Schuko-Stecker, damit intelligent kontrollieren zu können. Hier dargestellt Shelly, Nico, Edi, Maxx und Fritz. Da ist es Ihnen überlassen, welche Lösung Sie da präferieren. Von dort aus kommen wir zu deiner kleinen Übersicht, wie diese Anbindung aussehen könnten. Hier bitte ich Sie, zu beachten, dass es sich nur um einen Auszug handelt. Wie gesagt, SG-Ready gibt es viele Komponenten, die das bereits unterstützen. Hier haben wir uns auf die Monoblock-Wärmepumpen konzentriert, weil die sowohl Warmwasser als auch Raumheizung ermöglicht. Wir sehen Weyland, Bosch, Daikin, Stiebel, Eltron. Wir haben die Möglichkeit der E-Bus-Anbindung, der SCMP-Anbindung. MyPV wird den meisten von Ihnen eventuell bekannt sein, als Heizstab-Anbieter, um somit einfach zu zeigen, dass SMA sich breit aufstellt, individuell Ihrer Bedürfnisse oder der Bedürfnisse Ihrer Kunden. Dann schauen wir mal weiter. Wie sieht denn so ein Tag aus? Welchen Vorteil hat es denn jetzt im Endeffekt für den Endkunden? Der Tag würde anfangen um, in diesem Beispiel um 6.30 Uhr. Die Sonne geht auf, im Haus sind die Verbraucher noch nicht am Laufen, die PV-Anlage produziert, der Überschussstrom oder der, was jetzt anfängt, produzieren kann in die Verbraucher, in die Batterie geladen werden. Sukzessiv geht das nach und nach rein. Von dort aus kommen wir dann in die Mittagszeit. Alle sind wach, die Geräte funktionieren, hier dargestellt als Fernseher, Spülmaschine, Herd und Sie können Ihren PV-Strom selber nutzen und kommen damit mehr oder weniger auf Null raus, je nach Größe und Anlage. In dem Beispiel verbrauchen Sie Ihren Strom selber. Dann kommen wir gegen Nachmittag. Gegen Nachmittag produziert die PV-Anlage unter Umständen mehr, als Sie benötigen. Und diese Energie muss nicht günstig verkauft werden, sondern kann entweder in der Batterie als elektrische Energie oder in einem Heizsystem gespeichert werden, um später auch nutzbar gemacht werden. Dann gucken wir uns das Ganze an, wie das dann abends aussieht. Abends können Sie ganz beruhigt sein. Sie können Fernsehen gucken mit dem selbst erzeugten Strom. Sie können Ihre kleineren Elektrogeräte damit betreiben, mit der Energie aus der Batterie für geringe Selbstkosten, die Sie gemacht haben. Und Sie haben es warm und angenehm, weil Ihr Warmwasserspeicher voll ist auf Temperatur. Und somit ist der Komfort im Haus gesichert. Und wie das Ganze jetzt in der E-Mobilität aussieht, das erklärt durch meine Kollegin Lisa. Vielen Dank, Georg. Wie von Thomas zu Beginn schon dargestellt, sind ein Drittel des Energieverbrauchs im Haushalt auf den individuellen Verkehr zurückzuführen. Dementsprechend bringt die E-Mobilität ein enormes Potenzial zur Dekarbonisierung mit sich. Und welche Vorteile die Kombination von Photovoltaik und Elektromobilität bietet, das möchte ich jetzt im Folgenden etwas genauer darstellen. Wenn wir uns anschauen, wie die aktuellen Marktverhältnisse sind. Auf der einen Seite sehen wir sinkende Einspeisevergütung, auf der anderen Seite rasant steigende Energiekosten. Dementsprechend ist der lokale Eigenverbrauch immer attraktiver. Und mit der PV-gesteuerten Ladung des Elektrofahrzeugs kann damit die Eigenverbrauchsquote für das Gesamtsystem signifikant gesteigert und gleichzeitig die Amortisationszeit des Gesamtsystems reduziert werden. Mit Elektromobilität ist man günstig unterwegs. Selbst bei Ladung aus dem öffentlichen Stromnetz werden die Energiekosten auf 100 Kilometern im Vergleich zu Verbrennern schon deutlich unterschritten. Lädt man dann das Elektrofahrzeug ausschließlich mit selbst erzeugtem Strom vom eigenen Solardach, dann kann man mit Mobilitätskosten von etwa 1,60 Euro unschlagbar kostengünstig mobil sein. Nicht nur besonders wirtschaftlich, auch besonders ökologisch ist die Kombination von Photovoltaik und Elektromobilität. Im Betrieb erzeugt die Ladung des Elektrofahrzeugs mit selbst erzeugtem Solarstrom keine CO2-Emissionen. Bei der Ladung aus dem öffentlichen Stromnetz haben wir bedingt durch die Mischung von konventionellen und erneuerbaren Kraftwerken etwa 7 Kilogramm CO2-Ausstoß auf 100 Kilometer und bei Verbrennern ist dieser Wert fast doppelt so hoch. Das heißt, leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und laden Ihr Elektrofahrzeug mit Sonnenstrom vom Dach. Essentiell bei der PV-geführten Ladung ist dabei eine Funktion, die sogenannte automatische Phasenumschaltung. Wir bei SMA haben das perfekt in unser System integriert und sorgen damit dafür, dass schon sehr, sehr kleine PV-Überschussleistungen in den frühen Morgen- oder auch späten Abendstunden schon zur Ladung des Elektrofahrzeugs genutzt werden können. Konkret bedeutet das, die Ladung startet bereits ab 1,38 Kilowatt und wenn ausreichend, das heißt etwa 4 Kilowatt PV-Überschussstrom vorhanden ist, dann schaltet das System automatisch in die dreiphasige Ladung um und kann somit noch mehr Solarenergie in den Fahrzeugtank laden. In diesem konkreten Beispiel sehen Sie, dass ein Drittel der Energie im Fahrzeugtank durch die einphasige Ladung resultiert ist. Das bedeutet, diese Funktion ist wirklich essentiell und das ist auch der Grund, warum wir direkt von Anfang an von der Entwicklung des Systems Photovoltaik und Solarenergie gemeinsam kombiniert denken. Und wie so ein System real in der Praxis aussehen kann, das zeige ich Ihnen jetzt mal an unserer Wand im Studio. Angefangen natürlich immer mit dem Wechselrichten vom Gleichstrom, der von den Solarmodulen auf dem Dach erzeugt wird, mit den Wechselrichtern. Dieser wandelt den Strom in nutzbaren Wechselstrom für den Haushalt um. Optional kann überschüssiger Solarstrom, der nicht direkt im Haushalt verbraucht wird, dann über einen Hybrid- oder Batteriewechselrichter im Heimspeicher zwischengespeichert werden. Dort ist er dann zur späteren Nutzung in den Abendstunden oder bei Nacht vorrätig. Wie Georg bereits erläutert hat, haben wir auch die Möglichkeit, Wärmepumpen wie diese intelligent in unser System einzubinden und somit den solaren Anteil weiter zu steigern. Zentrale Steuereinheit des kompletten Energiemanagementsystems ist dabei der Sunny Home Manager 2.0. Er hat zum einen die Schnittstelle und verfügt über aktuelle Online-Wettervorhersagen, damit die so wichtige Prognose, und kombiniert mit den Erzeugungs- und Verbrauchsprognosen kann somit immer das Optimum bei der Einplanung der steuerbaren Verbraucher wie dem SMA-EV-Charger erreicht werden. Dieser sorgt dafür, dass das angeschnossene Elektroauto mit möglichst viel Solarstrom geladen werden kann. In der SMA-Energy-App werden dann alle Informationen zum System, angefangen von der PV-Erzeugung über den Heimspeicher und auch den aktuellen Haushaltsverbrauch übersichtlich dargestellt werden. Im Reiter Elektromobilität sind alle Informationen zur Ladung des Elektrofahrzeugs verfügbar und es besteht die Möglichkeit, ein Ladeziel zu konfigurieren. Selbstverständlich stehen auch alle interessanten Informationen und eine Prognose für die nächsten Tage zur Verfügung. Das war jetzt ziemlich viel Theorie und wie so ein System wirklich ganz real in der Praxis aussehen kann, das zeigen wir Ihnen jetzt am Beispiel der Familie Säger. Familie Säger hat vor kurzem ihr neues Haus bezogen. Bei der Energieversorgung setzt sie auf 100% eigenen Solarstrom. Die Solaranlage auf dem Dach produziert Strom aus Sonne. Den nutzen die Sägers für die elektrischen Haushaltsgeräte, aber auch für die Warmwasserbereitung, zum Heizen sowie zum Laden der Elektrofahrzeuge. Alles ist elektrifiziert und deswegen haben wir uns ganz klar für eine Solaranlage entschieden von Anfang an. Und damit das Sinn macht alles, ist natürlich ein Speicher mit dabei. So sind wir möglichst unabhängig von der Stromversorgung von außen, haben auch eine Notstromversorgung und das macht richtig Spaß. Der Hybrid-Wechselrichter Sunny Tree Power Smart Energy von SMA ist die ideale Lösung für Speichersysteme im Eigenheim. Als kompakte 2 in 1 Lösung vereint er den Solar- und Batteriewechselrichter in einem Gerät. Unser SMA-Solarfachpartner Steffen Brand von der Firma Energiesysteme Groß GmbH hat ihn bei Familie Säger installiert. Da ist die Photovoltaikanlage in Verbindung mit dem Speichersystem, hier jetzt mit dem Hybrid-Wechselrichter, natürlich die perfekte Kombination. Und wie das die Familie Säger auch hat mit einem Energiemanagementsystem, können sie zum Beispiel auch die Elektromobilität abwickeln, können die Heizung starten, können die Waschmaschine automatisch ansteuern und, und, und. Und so hat die Familie Säger ihre Energieunabhängigkeit quasi erwirtschaftet. Damit die Familie ihren Energiehaushalt jederzeit im Blick hat, nutzt sie die SMA Energy App. In der App sehe ich ganz genau, wie viel Strom ich aktuell verbrauche, wie viel ich erzeuge. Und so kann ich also ein bisschen planen, wann ich zum Beispiel meine Wäsche wasche und natürlich auch die E-Mobilität. Also das ist alles in einer App drin. Ich sehe ganz genau, wann wie viel ich wie geladen habe, ob ich Überschuss geladen habe oder schnell geladen habe, was habe ich an Energie erzeugt, verbraucht und auch meine Unabhängigkeit vom Stromanbieter bzw. vom Netz sehe ich auch in der App. Das Beispiel der Familie Säger zeigt, mit einer Solaranlage und einem Speichersystem lässt sich eine besonders hohe Eigenversorgung mit Solarstrom erzielen. Wer die Bereiche Strom, Wärme und Mobilität intelligent koppelt, gestaltet die Energiewende in den eigenen vier Wänden aktiv mit und mit der eigenen Solartankstelle sogar darüber hinaus. Sektorenkopplung bei SMA ist keine Zukunftsmusik, sondern gelebte Praxis. Das zeigt das Beispiel der Familie Säger sehr eindeutig. Wir sehen, die Familie konnte ihre Energieunabhängigkeit steigern und sich damit unabhängiger vom Energieversorger machen. Im Jahr 2022 konnte durch die intelligente Kopplung von Elektrizität, Wärme und Mobilität fast 2.500 Euro im Vergleich zur reinen Netzbezug eingespart werden. Überschüssige Solarenergie wird im Heimspeicher zur späteren Nutzung verfügbar gemacht und dank dem SMA-EV-Charger ist die Familie nun auch ressourcenschonend mobil. Einmal zusammengefasst lässt sich sagen, dass die SMA-Lösung Sektorenkopplung schon heute lebt. Wir bieten ganz einfach die Verbindung durch die kommunikative Einbindung der Einzelkomponenten und machen damit nachhaltige Energiekosten über alle Sektoren. Zusätzlich tragen wir damit zur Steigerung der Eigenversorgung bei und durch die Transparenz der kompletten Energieflüsse im Haushalt tragen wir zu einem Bewusstsein für das Energiesparen und damit zu weiteren Steigerungen bei. Das System ist modular aufgebaut. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit, optional das System durch Einzelkomponenten zu erweitern, ganz nach individuellem Bedarf und dem persönlichen Geldbeutel. Und nicht zuletzt sind wir zukunftsfähig aufgestellt und schon heute vorbereitet auf die Herausforderungen von morgen. Übrigens, die SMA-Lösung ist auch auf der KfW-Liste für das Förderprogramm 442 gelistet. Das heißt, verpassen Sie oder Ihre Kunden nicht die nächste Förderrunde und sichern Sie sich einen Zuschuss für das SMA-Energiesystem. Abschließend möchte ich Ihnen als Installateur noch die richtigen Ansprechpartner im Hause SMA für Ihre Unterstützung im Arbeitsalltag an die Hand legen. Anfang mit den Komponenten. Alle Komponenten der SMA Home Energy Solution bekommen Sie bei unseren Handelspartnern. Also scheuen Sie nicht, fragen Sie ein Angebot an. Auch die Anlagenauslegung wird mit der Sektorenkoppelung zunehmend komplexer. Es geht nicht mehr allein um die Auslegung von PV und Heimspeichern, auch geht es um die Dimensionierung von Wärmepumpen und die optimale Einbindung von E-Mobilität. Mit unserem kostenfreien Online-Planungstool Sunny Design bieten wir Ihnen optimale Unterstützung. Scheuen Sie nicht und probieren Sie einfach mal eine Anlagenauslegung aus. In der SMA Solar Akademie, wo wir übrigens heute live senden, bieten wir immer auch abwechslungsreiche und auch praxisorientierte Schulungen live oder auch Online-Webinare an, mit denen Sie sich und Ihre Kollegen optimal auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten können. Einfach QR-Code scannen und eine Schulung buchen. Noch mehr Unterstützung gibt es bei SMA mit dem SMA Solar Partner Programm. Dabei bieten wir exklusive Vorteile für unsere Solar Partner und unterstützen Sie dabei noch mehr, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Scheuen Sie nicht und bewerben Sie sich und werden Solar Fachpartner.